Musik Hi Leute, LineGamer1 hier und ich begrüße euch herzlich zum nächsten Teil von Let's Play Eurotruck Simulator 2 Im letzten Teil hat sich einiges getan, wir haben die Fracht von Brandblower gut nach Duisburg geliefert Das Kalium, was 20 Tonnen schwer war, nur so nebenbei Und ja, sind dann zu Level 17 aufgestiegen und unser Kontostand hat sich ziemlich erhöht Davor waren es 15.000, wenn ihr jetzt mal unten rechts auf dein Guthaben schaut, da stehen jetzt 62.000, also einiges mehr Und das ist richtig cool, sind wieder schön im Plus Wir müssen zwar noch den Kredit nebenbei abzahlen, aber ich meine, wir können froh sein, dass wir jetzt wieder so schön viel Geld haben Und ja, brauchen wir keine Angst haben, dass wir irgendwie in nächster Zeit in den Minus kommen Wir müssen halt nur gucken, dass ich noch ein bisschen Geld drauf verdiene, damit wir uns dann bald beim nächsten Levelaufstieg dann den MAN TGX leisten können So, ja wir stehen noch hier auf dem Hof von NBFC, wo wir letztes Mal das Kalium abgeliefert haben Ich gebe die ganze Zeit Gas und wundere mich, wieso nichts passiert Ja, ich muss auch erstmal D für Drive einlegen, den Vorwärtsgang Und ja, vielleicht sind wir im siebten, neunten Gang Wir werden jetzt erstmal unseren LKW reparieren und danach eine Runde schlafen Müssen wir mal kurz gucken, wo sich denn hier die Reparaturstation befindet Die ist da hinten Und damit wir mal hier noch ein paar Straßen in Duisburg erkunden Fahren wir einfach nochmal mit ein paar Runden hier So, naja, fahrt du erstmal da lang Ist ja klar, dass du uns nicht rauslässt Aber wieso sollte er auch? Na gut, macht ja auch nichts So, wir fahren mal schön über den Fahrradweg Wo ich mal so rausgehe, dass es darstellen soll, diese Streifen hier an der Seite Weil keine Ahnung, was das sonst sein sollte Neben, anstatt dem Fahrradweg Das gibt es vielleicht nicht die Farbe von dem Fahrradweg Der ist ja meistens so rosa Naja, rosa Ja, so in dem Style Rosa-Style Also, naja, rot Äh, mehr rosa dann schon Und ja, gut, der ist jetzt hier einfach nur so eine Linie Auf dieser Hina Das ist ja auch Einfach nur so eine Linie Und die dann als Fahrradweg Die stimmt Ich glaube, gar nicht dran gedacht Manchmal ist es ja auch einfach nur so Gut Aber muss uns erstmal nicht kümmern Wir sollen auf jeden Fall nicht da drauf fahren Wir fahren erstmal Da schön, wo hier die Spur für die Autos ist Da vorne geht es wieder links ab Wo fährt jetzt Der Transporter fährt auch gerade Fährt geradeaus Wie der LKW da vorne Und wir biegen mal links ab Etwas, ja Geschnitten, die Kurve Etwas eng gefahren So, hier ist der LKW Die haben im Moment noch so Autos, glaube ich Ja, die Autos, die da stehen Können im Moment noch nach Kiel geliefert werden Das wird aber für uns nichts mehr werden Weil wir halt erstmal hier übernachten werden Ihr seht ja, wir haben Ich denke, wir haben sechs Stunden Für die nächste Eigentlich müssen wir gar nicht übernachten Stimmt Naja, ich wollte eigentlich übernachten Um einfach zu gucken Weil da kommen ja nochmal neue Aufträge dann immer Und das wäre eigentlich gleich da ganz gut gewesen Aber Ich meine, wir können ja mal gucken Ob vielleicht doch was Interessantes im Moment dabei wäre Und Kiel Ich wollte ja noch da oben In den Norden Ich weiß halt nicht Ja, was sonst halt Ob da sonst noch ein besserer Auftrag kommen würde Irgendwie Ähm, ja, irgendwie Nach, ähm Dings Bremen oder so Aber gut Wir reparieren erstmal unseren Truck 8000 Euro für 8% Wow, wow, wow Das, ja Zieht unser Geld Unser Guthaben schon einiges runter Unser Kontobetrag sinkt Und ja, wir gucken jetzt mal beim Frachtmarkt vorbei Auftragsangebot Frachtmarkt Und das geht hier Von Düsseldorf in Köln War mit beides noch gar nicht Kann ich jetzt von hier auch gar nicht gucken Was die so im Angebot haben Oder wenn ich gar nicht Wenn die irgendwo anders hinfliegt Dann kommt auch nicht irgendwas von Köln, oder? Ja, komm Es werden hier nur die Städte angezeigt Wo ich schon war, glaube ich Okay Ja Was gibt's denn hier? Bratislava, Grim Street Glasgow, 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 Kiel Ich meine, es wird ja eigentlich kein Problem 7 Stunden dauert das Naja, das können wir auch nicht durchfahren Ähm, müssen wir auch nicht Ich würde sagen Wir schlafen doch mal eine Runde Und gucken mal Ob was Neues kommt So, jetzt haben wir mitten in der Nacht Oh, 1325 Hat der Patrick uns da gebracht So, oh ja Guckt, guckt Der Betrag, den er uns pro Tag bringt An Geld steigt auch Und bei uns ist er auf Um 4000 gestiegen Und bei dem ist er um 100 gestiegen Aber immerhin Er ist gestiegen So, wir gucken jetzt noch beim Frachtmarkt vorbei Was es so gibt Das haben wir eigentlich eine unnötige Pause gemacht Aber gut Macht jetzt auch nichts Jetzt gibt's natürlich nichts mehr, ne? So sieht's aus Eieiei Jetzt hab ich eine Pause hier gemacht Und dann kommt nichts hier Milano Linz Manchester Das hat jetzt natürlich Super viel gebracht Ich hab jetzt auch Eigentlich können wir jetzt noch eine nächste Pause Können wir jetzt noch mal schlafen? Ja Wir überruhen uns jetzt mal aus Gucken wir, wenn der sich noch weiter ausbohlen Neun Stunden Oh, Patrick hat uns 130 Euro wieder eingebracht Ja, wir schlafen so mal die ganze Zeit Und der soll uns mal schön Geld verdienen So Nein, so geht's nicht Wir müssen auch was machen Wir brauchen ja Geld Sollen wir hier noch dabei sein Hier Straßburg Da können wir jetzt mal hinfahren Würde ich sagen Ja, komm, lass uns mal Straßburg fahren Oder 22 Tonnen Das gehört schon zu den schwersten Frachten Oh, Orangen hier 22 Tonnen Auch ziemlich schwer Aber echt für den Norden Liegt's da Haben die denn hier was? Ja, Berlin Na gut Da Bremen Der hat was hier In 18 Stunden Na ja, so schnell Wir kommen nach Straßburg Ah ja, komm Ab nach Straßburg Da geht's jetzt mal hin Ist schon einiges an Auto Nicht Autobahn Nein Was laber ich? Das ist einiges an Landstraße Oder eigentlich nur Landstraße Naja, Schnellstraße Kann man das jetzt nicht unbedingt zählen Und halt diese zweispurige Straße da Und ja Ich weiß nicht Schnellstraße Ich weiß nicht so Na ja gut Wir holen jetzt erstmal unsere Fracht Bei NBSD ab Da, wo wir auch zum Beginn des Teiles schon waren So, den hab ich gar nicht gesehen So, Ampel Rot, Ampel Grün Ampel Gas Ne, nicht Ampel Gas Wir geben Gas So, wenn der Mercedes-Benz Auto Eigentlich abbremsen würde Dann würden wir auch mal rüberkommen Und fahren Wer hat dir erlaubt, Kollege, dass du fahren darfst? Ich nicht Nö So Okay, ja dann ab zur NBSD Dauert nicht lang Nur eine Minute So, hier gibt's keine Ampel Die uns hier nicht blockiert Ja, der ist schon abgebogen Da kommt auch keiner, den wir irgendwie gefährden können Locker können wir abbiegen So, wir blinken weiter Wir biegen jetzt ab So, Truck hält sich gut Und steht rechtzeitig, dass wir Eingabe drücken können Und Wo ist das gerade so sehen? Rocklover Ach ne, komm, wir fahren jetzt nach Straßburg Let's go Aber Rocklover Wir waren halt da drüben jetzt in dem Gebiet Ich wollte eigentlich jetzt mal nach Norddeutschland irgendwie Ich wollte jetzt irgendwie jetzt mal nach Norddeutschland Dann wollte ich da irgendwie da oben So in Norddeutschland, in Niederlande, Polen und so fahren Und eigentlich wäre da aber der Auftrag nach Kiel am besten gewesen Und ja, hätte ich doch einfach nicht geschlafen Naja, gut So, wir kuppeln an Fahren jetzt sieben Stunden Also fahren durch bis nach Straßburg Ohne eine Zwischenpause Zehn Stunden dürfen wir fahren Eigentlich sozusagen fast elf Stunden Und zwölf Stunden haben wir noch Bis wir abliefern müssen Und so Dann fahren wir mal los Raus aus Duisburg wieder Genau da raus, wo wir auch hergekommen sind Im letzten Teil Vorne der Golf Fährt jetzt weg Dann stehen wir in erster Reihe Hier abbiegen wollen Und dann kommt auch keiner von links Da können wir locker rum Im Spiegel gucken, dass er nicht irgendwie hängen bleibt Der Aufleger mit Magnesium Letztes Mal war es Kalium Hier die ganzen chemischen Sachen Die wir da transportieren Aber es ist schwerer Zwei Tonnen schwerer Als das Als die Fracht vom letzten Mal Und ich will jetzt mal Wirklich ohne Schaden Bis nach Straßburg kommen Das wäre sowas von richtig geil Wenn ich es wirklich schaffen würde Ohne Schaden Wir haben jetzt wirklich Von beiden Null Prozent Na gut Das wäre jetzt auch komisch Wenn die Fracht jetzt Schaden hätte Und ja Wirklich Von beiden Null Prozent Und ja Lkw Schaden Null Prozent Fracht Schaden Null Prozent Nix hat Schaden Und du sollst jetzt mal Bis zur Ankunft In Duisburg bleiben Ich weiß ja Ich sollte nicht durch die Kurven Jetzt so schnell fahren Sondern auch in die äußere Spur fahren Mensch Wenn er schon vor mir hat Pieker Und soll er schon in die innere Spur fahren So Also Ja Ich weiß jetzt genau Dass wir auf jeden Fall durch Kurven Die mir dann doch Irgendwie zu eng Für den Lkw Mit der Geschwindigkeit Oh Ein Fußgänger Oh Was ganz Neues Und ja Das wäre Also wenn ich Ich fahre wahrscheinlich jetzt Um die 8090 Auf der Landstraße Landstraße Ich weiß nicht Ob ich das jetzt hier Bundesstraße nennen kann Eigentlich schon Oder Haben die irgendeine Bezeichnung Also wir fahren ja jetzt hier Hauptsächlich Diese breiteren Straßen Und eigentlich kann man die ja schon Ganz gut so Bundesstraßen Und so nennen Ich werde aber nicht so fahren Wie das Navi mir das hier sagt Sondern ich werde so fahren Dass ich über die Ähm Werner Genau Das nenne ich jetzt mal Genau Da wo wir jetzt diese Autobahnen hier Die sind ja alle dreispurig Die nenne ich jetzt Autobahnen So wie ist man es ja auch eigentlich nicht Diese Straßen hier Wo wir jetzt vorhin nach Duisburg lang gefahren sind Wo wir jetzt eigentlich auch lang fahren sollten Erstmal hier Diese breiteren Die werde ich jetzt Bundesstraßen nennen Ich gehe mal davon aus Dass es ja so ungefähr Bundesstraßen sein werden Und das andere sind natürlich Landstraßen Da bin ich mir ziemlich sicher Ob das jetzt wirklich Bundesstraßen genannt wird Wie ich es jetzt sage Weiß ich jetzt nicht Aber gut Das ist jetzt auch nicht so wichtig Einfach nur damit ihr wisst Was ich halt meine Also die zweispurigen Straßen Wie die hier Werden Bundesstraßen Und mir genannt Natürlich Sind jetzt nicht in der Stadt Das Bundesstraßen dann noch Weil die auch zweispurig sind Aber ja So Ah Bleib stehen Wir halten mal lieber an Bevor wir irgendwie eine Strafe kriegen Weil wir über eine rote Ampel gefahren sind Und wir fahren jetzt hier rechts Landstraße Da steht jetzt Dass wir gleich aus Duisburg raus sind Das heißt Dieser Teil hier Wo wir gerade noch sind Gehört Also noch zu Duisburg So Jetzt geht erstmal Landstraße Dann können wir nämlich auch Düsseldorf und so erkunden Und haben das auch so halt erkundet Und Naja Das sollte jetzt für uns hier Kein Problem sein Wir können jetzt einfach mal An Die anderen Die uns hier irgendwie Verlangsamen sollten Die uns irgendwie ja Behindern sollten Die können wir einfach auch überholen Das ist ja kein Problem Aber ihr seht schon Hier der Lkw Ich glaube ich Irgendwie meiner Meinung nach Ein bisschen mehr mit der Geschwindigkeit zu kämpfen Als beim letzten Mal Obwohl es ja eigentlich Jetzt nur Zwei Tonnen Unterschied sind Okay Ich sehe gerade das Tankstellenzeichen Aber Wir haben ja noch genug An Treibstoff Im Tank Und der wollte gerade überholen Hat War aber ein bisschen Lungenes Überholmanöver Von dem Ja Jetzt fällt er wieder hinter uns ein So Sechs Stunden 42 Minuten Liegen an Straßenfahrt Jetzt noch Vor uns Was ein interessanter Name Straßenfahrt So Von der einen Stadt In die andere Düsseldorf Willkommen Hallo Wir sind da Die ruffelt so Nervt 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 So 50 kmh Wir drosseln wieder Die Geschwindigkeit Fahren kurz durch die Stadt Nix großes Erster Aufenthalt in Düsseldorf Wer weiß ob es auch der letzte war Keine Ahnung So Wir haben Vorfahrt Wir biegen ab So Ich bin zu weit ausgeholt Oh Und schon wieder Eine Sensation ist geschehen Wir sehen Fußgänger Was wir sonst eigentlich fast die sehen Vielleicht achten die da drauf Aber Man sieht doch sonst noch nie Fußgänger Die haben aber auch hier wirklich Große Bürgersteige Ah Schauen Sie doch mal Ziemlich ordentliches Die Fußgänger gebaut So Na Du Audi Gibst du Gas 50 kmh Die haben wir auch gerade drauf Geht erstmal hier Eine Steigung hoch Und ihr seht schon Der Lkw wird langsamer Gewicht Hängt ihm Ja Hinten dran Ja wo auch sonst Das zieht ihm schon etwas von der Geschwindigkeit ab Aber Wir haben 510 PS oder Jetzt gehen wir mal von 510 510 PS Okay also für den Patrick wäre das natürlich hier ziemlich schwer die Fracht zu fahren Mit seinen 320 PS der wäre auf keinen Fall so schnell wie wir Aber Aber mit den 510 PS ist ja eigentlich schon wieder locker leicht zu fahren Für unseren Lkw Und jetzt haben wir hier einen kleinen Nachteil von der Landstraße Okay haben wir doch nicht Der Audi da vorne gibt Gas Dann können wir auch gerade mal wieder Gas geben Ich dachte schon gerade Der wird jetzt die ganze Zeit so langsam fahren Weil er stand auch 50 auf dem Schild da eben Oder habe ich jetzt irgendwie das Aufheben Schild von der Geschwindigkeit vielleicht auch übersehen Ja Auf jeden Fall Können wir jetzt schön Gas geben Gucken wir mal so 90 kmh Sind schon drin Außer halt in den gefährlichen Kurven Wo ich mal lieber ein bisschen langsamer fahre Bevor wir irgendwie umfallen Und so was Da steht es ab nach Köln Dann einmal kurz durch Köln Gucken wir mal ob der Kölner Dom vielleicht da zu sehen ist Wo ich Wovon ich mal ausgehe Werden wir dann gucken Und zwar werden wir das dann im nächsten Teil gucken Wo wir wahrscheinlich durch Köln durchfahren werden Das ist ja nicht Ah ne wir fahren gar nicht durch Köln Doch 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 Wir werden durch Köln durchfahren Wir werden nämlich hier Doch ich werde mal kurz durch Köln durchfahren Ganz einfach Auch wenn das Navi das jetzt nicht so will Und ja Wir halten hier an der Raststätte an So Das sah gerade ein bisschen riskant hier aus Mit der Dings Ähm Mit der Kurve Aber Ist noch alles gut verlaufen So Einmal links Hier hinstellen Wow 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 Es wird eng Es wird eng Es wird eng Es wird eng Ziemlich eng Und ja Passt noch So von 0 bis 24 Uhr hat die Raststätte auch Wie alle hier im Spiel Und wir stellen uns einfach mal Hier so gerade hin Dann können wir perfekt wieder nächstes Mal weiterfahren Ich beende den Teil hier Danke fürs Zuschauen Und sage Tschüss und bis zum nächsten Teil Euer LineGamer1 Danke fürs Zuschauen Haut rein Ciao Tschüss Tschüss Tschüss